Rati, Rati, Govinda, Govinda, Ravade, Rati, Rati, Govinda, Govinda, Ravade. Wir lesen den 12. Vers von Govinda, Govinda, Ravade. Auspicious, a beautiful girl. O Kayani, glückbringendes und wunderschönes Mädchen. When will the jingling of your ankle bells, that is like an ocean of nectarian rasa, cure my deafness? Wann wird das Klingeln deiner Fußglöckchen, das wie ein Ozean von nektargleichem, wohlgeschmeckend ist? Meine Taubheit heilen. Radhe, we are not listening, honestly. Selbst jetzt, in unserem jetzigen Zustand, hören wir noch nicht richtig. Wir sind taub. Because we cannot listen by Swami and Kerala. This is the hearing problem. We are not listening, the hearing from our Swamini. That is the real hearing, then begins the hearing. My hearing problem is making me, we are searching for philosophy, for mind exercise. We are not wanting to know Kerala. She is coming, she is coming, and her jingling anchor bells. I cannot listen there. This is our deafness. And this is our deafness, that we are not listening to the glöckchen, the foot glöckchen and our Kalyani. When my ear will become ready for drinking, I can listen. Oh, Kalyani, oh merciful, my Swami, I will sit in your lotus feet. I will meditate on the dust of your, and I will wait, till I know, listen, your ankle bells jingling. And if we could hear you, we would pray so much, as Guru Dev just prayed. Oh, Kalyani, I sit at your lotus feet and I wait for a service. But are my ears already opened? No, they are still deaf, and I do not listen to the people of your foot glöckchen. And I will not wait so long until I listen to the people of your foot glöckchen. Open my listening, if you want to help me. Please, I will lie down in your door and pray for this, that I can listen to your ankle. Oh, bitte, höre, höre mein Gebet und öffne meine Ohren. Ich werde mich zu deiner Tür niederlegen und darauf warten und immer weiter beten und weinen, bis dass ich die Glöckchen, deine Fußglöckchen hören werde. Ja. Was ist das? Schravanam. Ich beginne mit Schravanam, mit Schravanam, mit dem ganz Zuhören. Ja. Amen. Ja. Und auf der Schravanam, Uriv. Kirtanam. Dann kommt Kirtanam danach. So, Frau Schravanam, aber das ist Kirtanam. Bad Sevanam. Dann kommt Bad Sevanam. Bad Sevanam. Bad Sevanam. Deine Lotusfüße. Wenn ich das Klingeln deiner Fußglöckchen an deinen Lotusfüßen höre, dann werde ich in der Lage sein, wirklich Dienst da zu bringen. Baba, always say, imagine, imagine. In beginning, I think, whole life we are imagined. Baba, say, imagine, what will happen after this? One day comes to me, old imagination is holding me. Then came it into my consciousness, that my old thoughts of what I build myself in my life, they hold me back. Only I want to listen to that imagination, because I got realization in that, in material identification. And I wanted to go over my own thoughts, in my material identification, because I got realization in that. And I knew then, how I handled it. This material identification, imagination, is not working here. We have to imagine and imagine and imagine for new realization. Then my listening will be perfect. because my ears are blocked for different listening. Then my ears are blocked for different listening. Yes, Gurdjieff. But then only Vandhanam helps, Gurdjieff, right? Because you said, Shavanam, Kirtanam, Pata, Sevanam, and Vandhanam is like, you said, laying in front of your door, crying and praying for listening abilities. Praying that I'm in your door, I have no demand anything. One day I will listen, Uncle Vera, when I become pure. I have no pressure, any desire from you, but you are my, Swamini, where I go to wait and watch my life. I have to lie down near you and wait for the moment when I will listen. He is also one of my senses. And when the senses will become pure, other senses will also start changing in by service and purity. Purity will come, then service can be possible. So when the ears are cleaned, then also all the other senses are cleaned. And when this purity of the senses comes, it's a very deep thing to meditate and understand. That is a very deep thing, to meditate and understand. Right. This is the shift, Gurdjie, from the material senses to the spiritual senses. Exactly. My false ego is controlling me to stay in the material senses. This false ego game. I want to listen to those things, what I practice and realize. Now, time is there to imagine fresh, new, listen, 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 imagine, 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 imagine. And slowly you will start realizing this. So all effects will go out. So, now it's time for us to listen, to listen, to listen, to listen, with the heardness, to bring us into the imagination. And then it will slowly be done. And the effect of the material senses will be thrown out of it. And there will always be new experiences, always fresh realizations, I know, understand, but I listen. I wake up and I start listening. I don't understand, but I wake up and I hear. I hear to. What's coming? Where's the seva? When I come down, again listen, again listen, again listen, to change my whole practice of listening. and I get this jingling of ankles. I just want to hear and hear again, to hear, to hear, to hear, to hear, to hear, and just to clean up and just to clean up and one day the foot-glöckens to hear. My Raghunath does, Baba, German, he helps me every day. Mein Raghunath-Baba, der Deutsche, hilft mir jeden Tag, voller Liebe und Fürsorge. Das ist die Schönheit des Zuhörens. Das ist die Grundlose gerade, die dann kommt, darauf zu warten. Wenn Kaljani uns helfen möchte, dann wird sie uns helfen durch all ihre Dienerinnen. Und sie werden uns auch helfen und sagen, hör zu, hör zu, hör das, hör hier hin. Ich sehe, das ist die Schönheit des Zuhörens. Das ist die Schönheit des Zuhörens. Das ist die Schönheit des Zuhörens. Du bist der König und der König des Zuhörens. Das ist die Schönheit des Zuhörens. Das ist die Schönheit des Zuhörens. Dann kommt der Tag in meinem Leben. Ich weiß es nicht. Bitte segnet mich alle. You bless my son. Eines Morgen sieht Radharani, wie Krishna kommt und hat ein paar Spuren von seiner geliebten Chandravali auf seinem Körper. So she becomes angry with him and refuses to speak with him. Dann wird sie wütend mit ihm und verweigert, mit ihm zu sprechen. Ihre Freundin sagt ihr dann, Radharani, Radhe, ganz Vrindavan ist unglücklich und leidet, weil du immer noch stur bist und sauer gegenüber Krishna. Everyone is unhappy, except you. Jeder ist unglücklich, nur du nicht. He who is the life of the life of Raja rolls on the ground and has given up eating and sleeping out of misery. Er, der das Leben des Lebens von Vrindavan ist, heult sich jetzt schon unglücklich auf den Boden und hat aufgehört zu essen und zu schlafen. Er ist ganz schwach und dünn geworden. Seeing his condition, all the mobile and immobile creatures of Raja are loudly crying. Und alle, die das sehen in Vrindavan, die beweglichen und unbeweglichen werden, weinen schon ganz laut. Only you are happy, giving milk to the snake of your peak. Aber du bist glücklich. Und gibst noch immer weiter deiner schlankengleichen Abneigung etwas zu trinken. Is that auspicious? Ist das etwa glückbringend? It is not auspicious. Give up your peak. Das bringt doch keine Freude, kein Glück. Gib doch deine, deinen Unmut auf, Shreemade Radhika. Out of separation. Shri Raghunathas says, you are my Kalyani. Shri Raghunathas, this is the Manjari. Aus Trennungsgefühlen. Das sind die Manjari's, die hier sprechen. Read this line. Again. Whole, Gordi? No, no, one line. One line. Shri Raghunathas. Ah, tja. Out of separation. Shri Raghunathas says, you are my Kalyani. Aus Trennungsgefühlen sagt Shri Raghunathas, du bist doch meine Kalyani. Sei wieder glücksbringend. Be good again. You are giving me service, pray and mercy today for service. Du gibst mir doch heute wieder, Saradharani, sei doch so gut. Du gibst mir heute wieder etwas Mercy für guten Dienst. Wow. Not only is Shri Raghunathas auspicious for Shri Krishna. Nicht nur ist Shri Raghunathas das Glück für Shri Krishna. She is auspicious for the whole world. Shri Raghunathas is divided in so many gods. Die Welt, die so viele Götter zu haben scheint. But in the name of love, there is no division. Aber im Namen der Liebe gibt es gar keine Trennung, keine Unterscheidung. Absolut. Du bist doch die Quelle, die die ganze Welt heilen kann, die ganze Welt verbinden kann. Und die Manjaris sehen das so, sie sagen, du bist Kalyani und du, du bekommst, du wirst mit Krishna abweisend, damit wir eine Gnade von dir bekommen, einen Dienst tun dürfen. Du leidest ohne Krishna, aber du willst uns helfen, uns deine Möglichkeit geben. Das ist deine Gnade, dein Zustand. Du willst allen Seelen eine Möglichkeit geben, die deine Dienerin wieder werden sein wollen. Ohne dass wir irgendeine Qualifikation haben, nimmst du uns einfach an. Warum du so gnadenreich bist, ich verheiß es nicht. Das ist grundlos. Aber ich fühle einfach nur, du bist die Einzige. Das ist das Einzige Glücksbringende in meinem Leben. Du bist meine Kalyani und du kannst mich annehmen. Dann wird mein Leben Glück sein. Und du siehst, dass ich keine besonderen Eigenschaften dafür besitze. Aber was kann ich tun? Und du gibst mir ein Glück. Und ich bin voller Fehler und voller Unvollkommenheit. Aber du möchtest mir trotzdem deine Gnade geben. Das ist deine Natur. Sie bringt das Glück der ganzen Welt, weil sie gibt die ganzen Welt die Freude als Gottes Freudenenergie. Und die Essenz dieser Freudenkraft ist Prima oder göttliche Liebe. Yes, she is giving this joy to the whole world, Gudi. Warum gibt sie die ganze Welt? Und sie ist auch wie eine Überseele, diese Freudenkraft. Und die Seele, die kleine Seele, die wir sind, ist ja auch ein Teil dieser göttlichen Liebe. Ein Teil, ein Funke davon. Und diese Seele, die fühlt auch diese Freude und dieses Glück, wenn sie diese Gnade der Freudenenergie erhält. Aber mein Zustand ist so, dass ich so bedingt bin durch diese Maternsinne, den Geist und alles, was mich so gefangen hält, ich komme da nicht raus. Aber sie sagt, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut, ich werde auch die Natur dieser deiner Sinne verwandeln und transformieren, das sagt sie zu uns. Sie wartet für diesen Moment. Wenn die Sinn in der Natur sich behandeln, das ist die Gnade der 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 Gnade. Sie gibt diese Transzendentale Liebende Ekstase. Und sie gibt diese Transzendentale Liebende Ekstase zu allen Gnade der Gnade. Und das sustains their lives. Und helft Sie so am Leben? Das erhält uns am Leben, oder eher gesagt, das bringt uns im Leben, meine Hoffnung darüber, dass ich zu Leben erwache mit meinen spirituellen Sinnen und meiner spirituellen Form meiner Existenz als Dienerin. Die Upanishad nennen das einmal Shreya, Kalyana, oder das, was gut für uns ist, und Freya, das, was wir möchten. Die Heiligen akzeptieren das, was Glücksbringend und wirklich förderlich oder heilbringend ist, die spirituelle und ewige Glücksehlichkeit. Und die Dummen, die Dummköpfe akzeptieren oder nehmen das an, was sie am meisten mögen, das zeitweilige, sinnliche Vergnügen. And what is welfare? Was ist wirkliche Wohltun des Segenreiches? Shilaramananda Roy said, Krishna Bhakta Sanghavina Sheya Nahiyad. There is no other welfare than association, as Ramanis devotees. Shilaramananda Roy said, es gibt kein besseres oder größeres Glück als die Gemeinschaft mit den Devotees. Shilaramananda Roy said, from the viewpoint of Sri Lanka. Shilaramananda Roy said, that is Shijatia Sangha. Yeah, Shijatia Sangha. Das ist die Gemeinschaft mit denen, die auch genauso fühlen wie man selbst. Shilaramananda Roy said, it's very, very special good. The other thing will be like a lemon in one drop in the milk. Wenn man Gemeinschaft hat mit jemand, der genauso fühlt wie man selber, das ist sehr selten und sehr kostbar. Ansonsten ist es manchmal so, als wenn etwas Zitronen in die Milch gegossen wird, dann gerinnt sie. Yes, then the milk will shrink. Will become yogurt or butter, milk. It means I come for something, I start to bring something. Ja, das bedeutet, ich bin für ein Ziel gekommen, aber ich mache eigentlich was anderes. Krishna creates the whole world through his Icha Shakti, his desire potency. And what is his desire? He desires Ratha. Krishna erschafft die ganze Welt durch seine Liebeskraft oder Schöpferkraft. Und was ist das, was er sich wirklich am meisten wünscht, dieses, was ihn zufrieden stellt? Das ist Shri Mati Radhika. Therefore, without her pleasure potency, the world cannot live. Yes, cannot live, the world cannot survive. Die Welt kann nicht leben ohne diese Freudenkraft von Shri Mati Radhika. Sie würde niemals überleben. That is war. That is conflict. Confusion in the world. Das ist der Konflikt und auch die Verwirrung in dieser Welt. Wir alle vermessen diese wahre Liebe. Wir suchen sie. Wir sind aus der Normalität, der Erfülltheit durch die Liebe in diese Unnormalität. Das Vermissen dieser Liebe hineingerutscht. We can feel our life, what to do, what not. Und wir verwirren uns auch in unserem Leben. Was soll man tun? Was soll man nicht tun? Therefore, without her pleasure potency, the world cannot live. Deswegen kann man auch in dieser Welt nicht ohne diese Freudenkraft von Shri Mati Radhika. This world cannot live. Krishna created and the world cannot live. Krishna created, but it cannot live without her. Krishna hat die Welt erschaffen, aber die Welt kann nicht leben ohne ihre Gnade. Without Krishna's desire, personified by Shri Mati Radhika, there is no material world. Wow. What can I understand this like? Explain it. Ohne Krishna's Wunsch, der durch Radhika personifiziert ist, there is no material world. It means the whole material world is created by Shri Radhika, because she's Krishna's desire energy. And she, he had this desire that the souls can, you know, express their own desires. And so she created this. Good. If next line, next line will explain it nicely. Next line. When she reads, Sunita is a nice, very nice line. Yeah. So, without Krishna's desire, personified by Radhika, there is no material world. Without the material world, there are no material bodies. Without material bodies, there is no sadhana, spiritual practice. And without sadhana, there is no prema. Wow. I will translate this for school days. Ohne Krishna's Wunsch, der durch Shri Radhika praktisch personifiziert ist, gibt es keine materiale Welt. Ohne die materiale Welt gibt es keinen materialen Körper. Ohne materiale Körper gibt es keinen sadhana, keine spirituelle Praxis. Und ohne sadhana gibt es keinen prema. So what is sadhana? What is spiritual practice? What is spiritual practice? A sadhana to be humble and compassionate like her nature. Die Eigenschaften zu entwickeln, die ihre Natur entspannen. We come from the false ego. Reiz zu werden zum falschen Ego. We have to develop our Svarub-Identification, my constitutional position. Unsere wesensgemäße Svarub, unsere ursprüngliche spirituelle Form entwickeln. Wir müssen unsere materiellen Gewohnheiten überwinden, damit wir in unsere spirituellen Dienste eintreten können. Wie kann ich meine Swamini näher kommen und ihr dienen? When we are in the sadhana body, then we say, try as me, try as me, I cannot live without you. You are my, you are my, you are my. I cannot live without you, my Swamini. I am yours, 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 I cannot live without you. Wenn wir vom Saddaka consciousness, Bewusstsein ausbeten, dann sagen wir zu Swamini, ich bin dein, ich bin dein, ich bin dein, ich kann ohne dich nicht leben, bitte nimm mich an. Aber wenn wir im Swarub-Bewusstsein leben, dann beten wir so, du gehörst zu mir, Swamini, du bist mein, ich bin immer für dich zu deinen Diensten. Wenn man sagt, du bist mein, dann drückt das noch mehr mir aus, als wenn man sagt, ich bin dein. Aber in Saddaka-Deha, you cannot say, you are my, you have to say, I am yours, I am yours, I am yours, please help me, please help me, how I can come to you, how I can fix in my spiritual Swarub-Identity. Aber vom menschlichen Bewusstsein her aus, dann beten wir so, ich bin dein, ich bin dein, ich bin dein, bitte hilf mir, ich schaffe es nicht, bitte hilf mir, damit ich mich in meiner Swarub, in meiner Identität als deine ewige spirituelle Dienerin fixieren kann, ich schaffe es nicht. Ja, this is our Santa. Das ist unsere spirituelle Übung. This is the work of the material man. I got it for that. Und dafür habe ich den materialen Körper und das ganze Leben geschenkt bekommen, damit ich mich wieder mit der göttlichen Liebe verbinde und dahin möchte. And without realization, imagination, we cannot realize this. Und ohne, dass wir uns da ganz vertiefend hineinbegeben in unserer Vorstellungskraft, bekommen wir keine Realisation und können wir das nicht schaffen, uns da zu verbinden. All the senses of a Jattarati Bhakta, a devotee who has attained a strong taste for Bhajan, have become deaf for the impressions from the material world. All the senses of Jattarati Bhakta, a devotee who has gained a strong taste for Bhajan, have become deaf for all the impressions from the material world. That is my Sardana. That is my Sardana. That is my Sardana. To become deaf for the impressions of the material world. Really hard. Taubst werden für die Eindrücke der materiellen Ebene, der materiellen Welt. It will always stay in my plastic body, my body, and the senses inside. Mit diesem Plastikkörper, sagt Guvedev dazu, mit meinem sinnlichen Körper hier bin, werden natürlich immer Eindrücke auf mich einfließen, der materiellen Welt. Und der Geist und die Sinne, alle werden da bleiben. Und das falsche Ego wird sagen, nein, nein, wir müssen das alles kontrollieren und in unserer Hand behalten. Und das wird uns im körperlichen Bewusstsein halten. Und wenn meine Intelligenz erwacht, sagt Srila Prabhupada, dann wird mein Herz erwachsen. Und mein Verstand, mein Inneres, mein Mind, in einer Balance sich befinden, die mich nur zum Spirituellen hinfühlen. This is fighting inside. Wie das falsche Ego so überwinden kann. What was the last sentence you did? It's a fighting inside. Ah, das ist ein innerer Kampf, genau. He's a fighting inside. Yes, yes. And he is the inside fight, make my negativeness more. I don't know what to do in my life. Dieser innerer Kampf, das falsche Ego press me, you want to remember the reality that you were told. You remember, the false ego is the boss. Das falsche Ego drückt mich immer und pusht und will uns immer in diese Richtung führen, dass ich hier der Kontrollierende und der Boss bin. Und das hält uns zurück von dem, was wirklich unsere Seelenkraft oder Seelenbestimmung ist. One life, enjoy, you come for enjoyment, your senses and body. Das falsche Ego sagt, genieße einfach. Du bist doch hier in dieses Leben gekommen, um deine Sinne und den Körper voll auszukosten. Prabhupada sagt, wenn diese übergeordnete Intelligenz kommt, die spirituelle Intelligenz. Wenn das kommt, dass das Geist und das Herz ausgerichtet sind auf das spirituelle Seelen, diese Verbundenheit, so schrieb Mataradika und ihrem Dienst, dann haben wir das Ego überwunden. 12. Kapitel der Bhagavad Gita, Vers 13 und 14. 12. Kapitel der Bhagavad Gita, Vers 13 und 14. Und dann dieser Sadhana, also diese Übung, wenn wir das schaffen und wir da bereit sind, dann ist sie auch bereit. Sie wartet ja schon auf uns. Und dann lässt sie uns das Klingeln ihrer Fußgläckchen hören. Grazie. So, the one who is in this consciousness, he only hears Radhika's ankle bells and he is not disturbed by material allurements. So jemand hört nur Radhanis Fußgläckchen klingeln und so eine Person ist nicht gestört durch materielle Versuchungen. Er kann sich durch nichts mehr anderes stören. Für eine solche Person. Die materielle Welt wie aus der Sichtweite heraus, aus dem Horizont des Bewusstseins heraus und die spirituelle Nikunja, die Liebesheine kommen, in Sichtweite kommen. Warum werde ich keine Mangerie? Warum werde ich keine Mangerie? Warum werde ich keine Mangerie? Das ist mein Fehler, weil ich möchte immer noch das andere. Sie ist ja bereit dafür. Ich bin dafür verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich. In Radha Mohan Temple, now if you see the Gopis, Laita, Visakha, Chitra, Champagrata, me, I am seeing from 70 years, 70, more you can say 73 years. When I was two, three years old, I was here, and then I never see like this now. It's like if they are dancing all the time, they become every day more and more living and looking and light, light starts floating. And new dresses, when they dress and all the ornaments new and new, I'm surprised to see how the Rasadira and Shama make ornaments and decoration and beautiful. Wow, I cannot say you. New, old dresses become new. I don't know what is happening. Everything is new up there. That shoe backdrop, everything becomes surprising. It's like a real Nikunja. Wow. Ich möchte euch hier erzählen, etwas ganz Überraschendes, was ich beobachtet habe. Es gibt immer diese wunderbaren Gopis, die sehe ich ja jetzt auch schon seit 70, 73 Jahren, sagt Rudi. Aber jetzt sind sie so lebendig geworden. Nicht nur, dass sie diese wunderbaren neuen Kleider haben, die jetzt Rasalila und Shama so schön machen. Und Chakshu hat das Backdrop und Mohini. Und ich sehe, wie sie immer mehr tanzen, wie das Licht immer mehr durch sie strahlt und wie sie immer mehr lebendig werden. Und Gopinath, always make the flowers in God and dresses, always full bangla, surprised to me. I never, I surprised. Und ich bin überrascht darüber, wie Gopinath immer wieder diese neuen Blumen gelandet und alles neu dekoriert im Kunsch. Wow. Cool day I was in meditation, only that. One day I see golden, everything golden, my God. Den ganzen Tag habe ich über das meditiert, wie schön das da aussieht. Und in einem Tag habe ich alles nur golden gesehen. Alles war gold, alles war wie von Goldfarbe und Leuchtkraft durchdrucken. How do you make this? My God. Every day somebody is doing a vow. And every day they take care. My God. And Shafshu und Mohini haben diesen neuen Service gemacht, wo es so golden aussah. Und jeden Tag höre ich, wie die Vodis etwas geben in den Dienst von Radha Mohan. Und ich kann da nicht mehr vor Staunen, vor Freude da das Glauben. Geetan, Prashad, Prashad-Distivision, Kinder-Education. My God. So nicely happen. It's a full mercy, full Karuna of Radhika. Die Prashad-Distivision geht so gut und das Kinderprojekt. Und ich sehe einfach, die ganze Gnade ist da. Es ist alles unglaublich voller Gnade, wie alles hier geschieht. Und ich höre, wie alle Devotees hier immer spenden, dass diese Projekte unterstützt werden. Und ich bin einfach so voller Erstaunen, wie das alles geschieht. Und sie geben nur eine Überraschung. Ich habe nie gesehen, was sie vorher gemacht haben. Und sie sehen unsere Sehwaks für Radha Mohans Kleider und Altar. Sie machen jeden Tag eine neue Überraschung. Ich kann es überhaupt nicht vorstellen. Eine Überraschung. Eine Überraschung. Prashad ist jeden Tag eine Überraschung. Und auch das Prashad überrascht mich immer jeden Tag von Neuem. Wow. What I can say, this is Krabah. Das ist doch Gnade. Christa Misericord. He is accepting the love of devotees. And sending mercy to every living soul, who is want to be, come too close to her. Sie nimmt die Liebe aller Devotees an und schickt die Gnade zu all den Seelen, die ihr näherkommen wollen, unsere Kalyani. Wow. A very nice subject will come now. Baba is doing miracles. So, jemand, der immer im Bewusstsein von Radhika's Fußglöckchen lebt, ist nicht durch die materielle Natur verwirrt. He only hears Radhika's Engelbells and he is not disturbed by material illumines. So, jemand hört nur die Fußglöckchen von Shri Matiragli. He is not disturbed by other material things. Er ist nicht mehr gestört von den äußeren Verscheiden. For him, the material world goes out of sight and the Nikunja comes inside. He hears, hört ihr, die Vatel-Welt geht außer Sichtweite und der Nikunja Seva, der Dienst, der Blumendienst, kommt in die Sichtweite. He is all here. We are nowhere to go. We are nowhere to go. Only I have to move from this material to the Sarubha. He is an equalizer. The Maten-Wahrnehmung in the spirituelle Wahrnehmung hineintauchen, in this ewige. In this body has to realize, yeah. And that's what we have to take in this physical body. We have not realized that when will happen. When we have to do this physical body in our human body, when will that happen? It must now happen with us, this transformation. Only our mind has to go out from material to spiritual greed. Nur unser Geist is required for that, only that's it. Greed. Wir brauchen dafür diese spirituelle heilige Begierde, damit unser Geist aus dieser Materie und allem, was damit zusammengehört, heraus sich weben kann in die spirituelle Wahrnehmung. Und dafür brauchen wir große, große, große Wunsch danach. So jemand hört Krishnas Blöte und sieht, wie sich Krishnas blaue Ausstrahlung mit der goldenen Ausstrahlung von Srimadiradhika verbindet. Ja. Sieht das? Ja. Und blau und golden, you see many places. Blau und golden kann man überall wieder sehen. An vielen. What is the Ishtanista when you meditate in your Ishtanista when you meditate in your Ishtanista and then you start expending Akhanda Mangala Karang. That Ishtanista become Akhanda. Akhanda Mangala Karang. Vekta Janam Charachan. Tat Padam Dasita Menam. Tat Padam Dasita Menam. Your Gurudev sagt, wenn wir dieses Bewusstsein haben, dann bekommen wir die Gnade von unserem Ishtadev und dann erweitert sich alles, was dieser Vers und dieses Gebet zum Gurudev, dass das Akhanda Mangala Guru Tattwa, also ich uns auf dem Bad und wir sehen überall Srimadiradhika, unsere Ishtadevi. Then I see even my spiritual master that he is also divine now because he is always in the seva of Radha Mohan. So he is always there and he is also with Akhanda everywhere. Everywhere I can see, I can listen him, his divine words. And I can display, my ears become divine to listen and go. Everywhere I can listen and my ears, as he is all that was, what he has brought to me, I can see it everywhere. And so my senses are lit, are lit and I can really hear the foot-clicks. He is outside and he is inside us in Chaitya Guru form. Er is outside, überall und er is auch in mir als Chaitya Guru, der innere führende Meister. So when mein Ishtadevi immer bei mir ist und meine Guru Manjari auch bei mir ist und wenn das fixiert ist, dann ist alles immer auf die Richtung Svarup ausgerichtet und dann kommt dieser Flow. Wenn wir nicht fixiert sind in unsere spirituelle göttliche Form, dann können wir das nicht sozusagen in eine Linie, in eine Verbundenheit bringen. Wie kann ich sonst diese Verbundenheit zu meiner Ishtadevi oder auch zu meinem Guru Manjari bekommen? In material identification I can see only in Temples. In meiner Mathe, Wahrnehmung sehe ich dann Krishna oder Radharani und alles nur im Tempel. Aber die秋 sind immer, Ratsun in Trud. In der Natur kann man, überall und Nitzunenian, in alle Wassen, in den turnen, in den Angelegenen, In all the means you can see Gurudev, in den Angelegenen, Gurudev is instruction, you can listen to him. He is guiding from his inside, Chaitya Guru all the time. Aber wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass sie überall sind, dann führen sie uns auch überall. Sie sind nicht weit weg von uns. Wie kann denn die Dasee, die Diener, ihre Swamini verlassen? Wie können sie nicht überall sein und uns helfen? So, hier ist Govinda's Flut und he sees his bluish effulgen mixing with Radhika's golden effulgens. He feels the touch of their lotus feet. Also so jemand hört dann eben, sieht überall die blaue und die goldene Ausstrahlung von Mohan und Radha und er fühlt den Berührung ihrer Lotus-Füße. Was sind diese Farben? Das ist auch, wenn sie beide eins geworden sind. Now I want to request the Tarun Baba, say something about Chaitanya Chaitanya, something. So, ich möchte ihn jetzt darum, Baba bitten, etwas über Chaitanya Chaitanya zu lesen. I found this is very fitting, Guru Dev, this verse, and by Radhika's mercy, that the subject matter of today is wonderful, because this verse is about hearing, reciting and remembering. Shravana Chaitanya 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 Chait Also Mahaprabhu spricht den Vers und er gibt die Formel, wie man praktisch Bremer erreichen kann. Und ich fand den Vers richtig toll, weil, because the first is so important, because there are still doubts about hearing about the Gopis in Vrindavan and about hearing Rasa. But here Mahaprabhu is clearly saying that what happens when we hear what Gurudev and Suniti just talked about, when we hear about Radha and Krishna Lila. So manche haben immer noch Zweifel und denken, oh, soll man überhaupt solche hohen Spiele hören? Soll man überhaupt über solche erhabenen Themen sprechen? Aber dieser Vers sagt uns deutlich, dass es genau die richtige Medizin ist und was wir gerade gesprochen haben, was Gurudev eh die ganze Zeit spricht. So the verse is in the Anja Lila, I read the Bengali and I hope when I finish Gurudev comes back, because I want that he says something to it. So it's a great day. So, so I love that. So I wish I need to know, because I feel the same. Now let's see. So I know that I'm going to know. But I love that. So I love that. So I love that. So, I need to know that I will be aware of the one. So I want that. So I want it. So I can learn that I will. So the translation goes, The heart disease of lust will be destroyed in anyone hearing or reciting with devotion the topic of Krishna's rasa and other leelas with the gopis. Thus, the three modes of material nature will not affect such a self-contentant, a self-happy person, and he shall obtain Ujvala Madura Brema Bhakti. Übersetzung. Yes. This is ultimate happiness, whereby one goes on tasting Krishna's incomparable sweetness constantly. And now Mahabrabhu is saying, thus I declare that if one hears or reads these topics, he shall achieve perfection. And being absorbed in the lila rasa, render thus Seva in his varu both day and night. Übersetzung, Übersetzung. Darin besteht die letztendliche Glückseligkeit, wobei man einfach weiter Krishnas wunderschöne Süßlichkeit kosten kann. Und ich, Mahabrabhu, erkläre somit, dass jeder, der diese Themen hört oder darüber spricht, er wird die Perfektion erreichen. Und das bedeutet, er wird ständig im lila rasa absorbiert sein und dadurch Tag und Nacht Dienst leisten dürfen. Ja. 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 Manjari, Baba. I say you. Simple, listen, Baba. Listen. Adi Nila 4 Kanto, when Krishna is telling, I took the mood of Radhika. Mood-taking is ashratat. Krishna took the mood of Radhika. Urdif, should I translate or Tarun Baba translate? You can translate to Nidhi. Okay. I do much better. Na, na. Eine Person hat mich mal gefragt, jemand hat mich mal gefragt, wo kann ich denn im Chaitanya Chaitamita lesen, dass Mahaprabhu Manjari Bhav erklärt oder empfiehlt. Und Urdif sagt jetzt im Adi Nila 4. Kapitel, Yes, Gurudev. Ashraya. I took the mood of Radhika. Da erklärt ja Krishna selber, er wurde Chaitanya, um diese Stimmung von Ashraya, Zufluchtnahme, zu sich selber zu erfahren. When the disciple go to Guru, he took the only mood of Gurudev. That is the Ashraya. Was ist Ashraya? Zum Beispiel, wenn ein Schüler zu einem Lehrer geht, dann nimmt er Zuflucht bei der Stimmung, bei den Gefühlen des Gurus. Und das ist auch die Zuflucht, durch Ashraya Tatva, die Zuflucht durch jemand, der schon diese Gefühle hat. Und was unterrichtet uns Rupa Goswami? Wie können wir zum Beispiel herausfinden, was Rupa Goswami in seiner tiefsten Gefühlsstimmung, in seinem Herzen spürt? Wir werden das herausfinden, indem wir von seinem Schüler hören und lesen, nämlich Radhika Goswami. Weil der Schüler immer alle Stimmungen, Gefühlsumhüllungen, Mahavas genannt, von seinem spirituellen Meisterlehrer aufnimmt und das auch übt und lebt. Who is doing? Who took the mood? Krishna took the mood. So und hier im Adelila beschreibt, Krishna selber, Chaitanya, Mahaprabhu, er wurde Chaitanya, Mahaprabhu, indem er Ashraya von Sri Radhika annahm. Er nahm die Zuflucht bei der Stimmung von Sri Mati Radhika. Er nahm sie auf. Und er hat sich sogar umhüllt mit ihrer goldenen Liebesstimmung. Manjiri, what they do? Take the mood of Dasi of Radhika and they cover with Radhika there in the Manjiri Saru. That is Manjiri Bhav. Und was machen die Manjiris? Was ist Manjiri Bhav? Nichts anderes, als dass sie die Stimmung von Sri Mati Radhika aufnehmen, spüren und umsetzen in dem Dienst zu ihr. Clear or not? Clear, go ahead. Very good. Very, very simple and good. Ja. And that's what we have. It's not teachers. Become Manjiri. If you have a desire, you are Jiva, you are a spark of me. If you want to learn, you have to be a Manjiri. If not, then Prabhupada said in the Bhagavad Gita, you will not become normal. So können wir sehen, dass Krishna uns selber auch in Chaitanya Taitamrita einlädt. Oh, Bhagavad Gita. Ja. Bhagavad Gita, last line. Und auch in Bhagavad Gita. If you want to be normal, you have to be a manjiri. Wenn du also auch in der Bhagavad Gita im letzten Abschnitt sagt Krishna auch, du musst normal werden, Jiva, und deswegen nimm Zuflucht bei der pressure giving potency, bei der Freude spendenden Kraft, Shri Mathe Radhika und werde ihre Dienerin. Yes, Gurdjie. Ja, ho. Perfect. Is a Manjiri Bav to be a normal? Es ist nämlich normal, in dieser Stimmung von Manjiri Bav zu sein. Das ist unser normaler Zustand als Seele. And Prabhupada say that Sakha is Sakha. You see? Und manche sagen von Prabhupada, dass er ein Sakha wäre. Imposional. Das ist unmöglich. Means you not understand Bhagavad Gita. Was bedeutet, du hast nicht mal die Bhagavad Gita verstanden? Oh Prabhupada, you don't let's read nicely Srimad Bhagavad so you say like this. Everywhere he is telling constitutional poetry. Weil wir nicht auch das Bhagavad haben, richtig gelesen haben, können wir das nicht aufnehmen, dass er überall von dieser konstitutionellen Position der ursprünglichen wesensgemäßen Seelen voranspricht. Denn alle Bücher sind im Parakiyabab. Um das zu verstehen, braucht man einfach die verwirklichten Hilfe von jemandem, der da in dieser Stimmung ist und das auch die hinter, hinter, hinter liegenden Bedeutungen uns beibringen kann. Das ist versteckt. Parakiyabab heißt versteckte Liebestimmung. Und dann sehe ich, dass an jeder Stelle, wo ich hinschaue, Prabhupada, Srimad der Radharani verherrlicht. Und dann sehe ich all die Mahajans, Anandas Babaji, Narayan Maraj, dann sehe ich sie alle als Dienerinnen von Srimad Radhika in ihrem Sema. Und wo sollte da noch ein Konflikt darin bestehen? Ich weiß nicht über die Freunde von Krishna, aber ich sehe überall die Dienerinnen von Srimad Radhika und sie sind hier, um uns zu helfen. Srimad Bhai, Jerman uses up to six, now it's six, perfect six. What I can do? Questions, Kudif? Huh? I don't know what it is. Questions for the Bodhis? Questions? Questions? If you want, I have no problem. but you are, your timing of six, ma? Our timing is eternal, Gurdif. If you want, I'm ready. I'm ready. Now, the subject is coming now. Jetzt kommt erst mal das in Virab Kusum Anjali. Jetzt kommt this thing. Stopping here, what to do? Next Sunday, Gurdif, next Sunday. Jetzt kommt erst mal das tiefere Thema von Rasa und wir fahren damit noch fort. You have to start from here. If you start from beginning, then you will again, I cannot bring up to here. Okay, good. Ja, wir müssen immer wieder hier weitermachen, wo wir aufgehört haben, damit Gurdif uns weiterführen kann. Hat jemand noch eine Frage an Gurdif? I become married every words. I would like to repeat something that you said about this verse of Vilap Kushum Anjali, Gurudev, the first time that I heard you talk about this verse, because it helped me a lot and I would like to share it with all the devotees. Please. Yes. You give time so I can, you inspired me to do that service and no qualification, I have no qualification. This is your qualification, Gurudev. No, your love qualification. Who said this? To inspire me to some words, I have no knowledge of, it's all your inspiration. So anyway, I would like to recall this, because for me, it has helped me so much. And you were talking about humility, so for me, this is a helpless, is a desperate situation. And you were saying about this verse, when somebody is desperate, a devotee who is desperate, and hears talking about the jingling of Radha's ankle belts, the jing is faith and ling is hope. So you said, when there is faith and hope, what comes next? Love. Love. So that helped me so very much, in many circumstances. So I will listen jingling. Yes. Love will automatically come in my life. Yes. Magst du das auch übersetzen, Rambaba? Auf Deutsch? Okay. Ja, okay. zusammenfassen. Das erste Mal, dass ich Guru Dev zugehört habe, während er diese Schlöcke über Enkelbelts, wie sagt man Enkelbelts? Fussglöckchen. Ja, Fussglöckchen Schlöcke kommentiert hat. Er sagte etwas sehr, sehr wichtig, weil jemand sagte, ich bin manchmal verzweifelt und er sagt, dann die Jingling von Radas Fussglöckchen bedeuten, Jing, es ist Glaube oder Vertrauen und Link ist die Hoffnung. Hoffnung, genau. Und was kommt nach Vertrauen und Hoffnung hat Gurudeva gesagt, Liebe. So, das hat mich sehr, sehr geholfen, wenn ich das erst mal zugehört habe von ihm und ich wollte das einfach teilen mit allen Devotees. So, thank you very much Gurudeva that you said such a thing, such a beautiful creative way to love it away and love is the goal. Yes. Love is the goal. Prem is the provision. Love is the way and love is the goal. And for that we need Ishtadev, my son. Dafür brauchen wir unseren Ishtadev, meine Swamini, meine verehrungswürdige Gottheid. Then where Krishna coming here? And where is Krishna now? Why Mohan you say? I want to do. She cannot leave, my Swami cannot leave without her. You know she cannot sowieso not without him living. There is always there is also very important for my mom Swamini. She is Radha's mother. So it's also very important for us to make happy to her. How much mercy Swamini gave in this past time to Rati Manjari to Raghunad Dasgu Swami you will see further. And how much Gnade Swamini here Rati Manjari or Tulsi Manjari of Raghunad Dasgu Swami gives that we will continue to hear. Jai Rudev wonderful such a beautiful Katah I have no nothing knows your love make me to realize this thank you for your blessing and good wishes that I can grow in this life Rudev said I know nothing I just inspired something to say and you help me thank you that I can through your love wachsen can on this way week